Die Kreisverwaltung Neubied bietet dir tolle Möglichkeiten, in wirklich interessanten Berufswäldern tätig zu werden. Denn als Schaltzentrale des gesamten Landkreises sind unsere Aufgaben vielfältig. Unsere Türen stehen auch dir offen. Also, komm zu uns ins Team und gestalte deine Zukunft aktiv mit. Von Anfang an stehen dir und den anderen Azubis erfahrene Ausbilder zur Seite, die dich auf kollegiale Art und Weise begleiten werden. Natürlich freuen sich auch alle anderen Kollegen und Azubis, dir jederzeit weiterzuhelfen. Deine Ausbildung gestaltest du aktiv mit, denn bei uns werden deine Wünsche und Ziele berücksichtigt und deine Stärken ausgebaut. Der Zusammenhalt hier im Team ist wirklich super. Man merkt direkt, dass das freundschaftliche und respektvolle Miteinander überall in der Verwaltung großgeschrieben wird. Schnell wirst du lernen, Aufgaben selbstständig zu bearbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel wie hier in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Die Vielseitigkeit macht echten Spaß und natürlich der direkte Kontakt zum Bürger. Das hier ist Henning. Er hat eine Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration absolviert. Jetzt kümmert er sich darum, dass unsere IT fit und immer auf dem neuesten Stand ist. Teresa hat heute einen Außendiensttermin. Wer denkt, Verwaltung wäre nur Büroarbeit, der irrt. Vielseitigkeit und Abwechslung sind angesagt. Langeweile? Das gibt's bei uns nicht. Schon während deiner Ausbildung lernst du die vielfältigen Berufsfelder der Kreisverwaltung Neuwied kennen. Und das sind mehr, als du vielleicht denkst. Hier überall könntest du nach deinem Abschluss arbeiten. Mit gezielter Förderung und Weiterbildung. Bis hin zum Bachelor of Arts. Also, wo liegen deine Interessen? Die Kreisverwaltung Neuwied hat viel zu bieten. Entscheide dich jetzt für spannende Aufgaben, eine sichere Zukunftsperspektive und vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. Und? Wann sehen wir uns also? Wir freuen uns auf dich!